Hallo, wir sind es mal wieder von Kontrollpunkt und wir wollen euch haben und zwar am 14.04. bei unserem Konzert. Wir sind schon fünf Jahre auf der Bühne und wer weiß, wie lange wir das noch machen kommen. Also kommt da vorbei, Datenschmutz sind dabei, Antinorm aus Tür, Tür, West Coast Tür und natürlich Chris von der Düsseln macht ein bisschen mit seiner Akustikgitarre krach. Und Kontrollpunkt wird nüchtern spielen, ich verspreche es euch. Ja, ich nicht. Lügenpresse. Ja, wir sehen uns, ja? Lügenpresse, genau. Schnitt, Schnitt, Schnitt.